Perfekt zur Buff-Zeit, seid ihr da, Leute? Buff-Zeit. Der muss erstmal gebufft werden. Ich glaube, ich brauche einen Red. Ja, nein. Ich glaube, unser Singed fängt an mit Prox... also ein richtiger Proxy Singed fängt schon mit Level 1 an. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe vorher noch nie einen Proxy Singed gesehen, muss ich... Ich eigentlich auch nicht. Was? Warum habe ich jetzt drei Stacks bekommen? Ja, weil wenn du die Axt fängst, kriegst du auch einen. Loh. Ach ja, ich muss ja gar nicht Last-Hitten. Nice! Meins. Meins. Hier drin steht schon Award. Okay. Wir müssen definitiv Level 3 werden. Ja. Bis zum Ende des Spiels auf jeden Fall. Das klingt doch mal nach dem Plan. Boah, du hast schon 12 Stacks, Alter. Das wären... 6... 18 Gold, Alter. Lass mal was töten. Nur sparen. Ich bin... Ich bin Ossi. Sparen, sparen, sparen. Was war das jetzt? Gut. So. Ja, genau. Ich wollte sie fangen. André, du kannst auch zwei Äxte gleichzeitig aktiv haben, ne? Ja, aber er hat mich gerade geslowt. Bei der letzten. Sobald wir drei sind, geht's mal auf Decade. Ja. Wir haben aber keinen Exhaust, ne? Fuck, ne? Ich hätte keinen Barrier mitnehmen sollen, ich hätte einen Exhaust mitnehmen sollen. Egal. Wer braucht schon überhaupt einen Exhaust? Was? Lass mal ein Exhaust mitnehmen sollen. Ja. Proxys sind. Und so. Jo. Warum sollen wir drauf? Können wir, ja. Ahhhh. Ist tot. Na gut. Ich leb noch. Ach stimmt. Vor allem wenn ich nur ein Assist bekomme, gehen die Stacks nicht weg. Ach stimmt ja. Da kommt's nicht ran. Also voll gut. So kann ich sparen. Krieg trotzdem nebenbei noch dann hinterher extra Gold. Ich mein läuft immer nix weg. Boah, was ist dat denn? Was? Da war ein hartes Leck. So. Ein sehr hartes Leck. Ach super. Wenn er da stehen bleibt. Lass aber Catelyn wieder. Gib ihm einen Hit. Warte. Oder knock ihn zur Seite oder so. Bitte sterb nicht. Nicht gegen die Erde sterben. Nein. Doch du willst sterben. Ich hab keine Mana mehr für eh. Ich auch nicht. Ja. Der Udi hat mich bekommen. Aber du hast schon ein Assist bekommen oder? Jo. Andingens. Der Exil läuft ganz gechillt. Und da ne. Ja. Okay. Hat doch bis jetzt ja nicht mal so schlecht gekloppt. Ja wir müssen den Druck nur aufrechterhalten. Sund Nathan. Vilen Vineyard. Wop. Yes. Das ist Bode in Grund. Ok. A Iya Blockchain. Sorry, ich wusste nicht, ob du den kriegst. So, ich klapp zwischendurch mein Mikrofon hoch. Und dann klappt es nicht wieder runter. Gut. So. Ach Gott. So, den Hetzel wieder aufgesetzt. Vernünftig. Ja, ich geh jetzt. In die Trap. In genau diese Trap. Ah ja, so. Ein bisschen extra rumpimmeln. Ja. Wenn du drauf willst, ne? Warte. Dumm, 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 dumm. Ich geh raus. Egal. Hat sich für mich trotzdem irgendwie gelohnt, finde ich. Oh Gott. Warte. Wir diven die gleich. Push mal. Ich bin jetzt sofort Level 6. Also sofort gleich. Wann bist du Level 6? Ja. Dauert noch ein bisschen. Drei, vier Creeps, ne? Ja. Du bist für uns am Red? Mhm. Sollen wir da hin? Komm. Der wird schon weg sein. Kann man vergessen. Wir sind viel zu spät. Komm, das Creep. Das Creep. Ja. Au. Ich geh. Schnell, Drake. Vision 1. Ja. 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 Ich hab Angst alleine. Ich bin ja jetzt gleich da. Kann's engage in meiner Welt. Alles klar. Dann. Dumm, 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 dumm. Lol. Erf ist ein Arsch. Wir machen das jetzt anders, die Teilung ist ein bisschen cooler. Und zwar, äh, du kriegst die Creeps und die Assists. Ich nehm die Creeps. Jo. Überleg mal. So bist du, selbst du dann hinter noch useful. Aber was heißt selbst du? Ich mein, halt Support für's. Useful. So. Das war natürlich am Anfang schon so geplant. Direkt so. Ja. Nicht anders. Lass mal ein Creep. Was? Cracken? Alles klar. Alter. Du hast 136. Ja. Ich hab das Gefühl, die werden auch dieses Game niemals weggehen. Ja. Ich denke. Oh, ich hab ne... Boah. Ja. Tss. Ha. Luchs trifft einfach mal einen Skillshot. Lol. Cinch ist da hinter uns. Ey, diese Luchs ist so schlecht, ne. Ja. Unfassbar, Leute. Cinch ist aber auch irgendwie nur das Grüne vom Ei her. Ja, nice. Ja. Ja. Nein. Überster Fisch überall. Support Fisch for the win, hab ich gehört. Blüht man jetzt so? So. So gut. Wenigstens hab ich jetzt n... Alter, ich hab 5-2. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, siehste, wenigstens haben wir da so keinen Supporter. Ein... Ein... Ein Damage viel ich mehr. Go, go. Oh, ich hab nen Double Buff. That's nice. Wer mir meine Lasses klaut. Ich hab nen 15 wieder Fischi. Na gut. Ich hab allerdings keine Wards mehr, weil ich grad nicht eingekauft hab, weil ich so schnell weg wollte. Fachwix. Nuno ist auch wieder hier. Da, nimm mal das hier. Oh, oh. Ja... Blah. Ha! Die Lux. Lux ist Mr. Cravitycrabcrab. hmm ey diese Lux man ah singed das reicht halt nicht oh ja oh ja oh ja oh ja nein scheiße besser lassen sich nicht mitte nur um dann echt zu verkacken gut hier kommt bauten gut hier kommt bauten ok hat er nur noch ein oryx na aber wo ist nicht wartet scheinbar Talon ist mit wie viele stacks verlust beim death ich glaube im drittel oder so hm hm du willst nicht ich hab mir nicht getraut schwanz ich spreche einfach ja kommt gut rauf da doch geht doch dem fleisch sehen nur das sind dort sind Sinch wird sich da vorwerfen Ich glaube der hat sogar echt noch überlebt glaube ich Lass das Hau ab doch Aber durch meinen Feed werde ich jetzt richtig böse ne Kann zwar jetzt ja nur einen Ward kaufen ne Aber dafür habe ich meinen Rabbidense jetzt fertig Frag nicht man Ich bin der einzige im Team der positiv ist und dann bin ich auch noch mit Abstand so positiv Ja durch meine Dingens Ja den einen wollte ich dir echt lassen da unterm Taunen Mit den Assists bin ich ja auch positiv So gesehen her haben wir unsere Lade LOL Ja Komm zurück mein Ulti Ulti Ja geht er Ich bin gleich erst da Ich brauch noch ein bisschen Nichts am Tag Was hat sich gelohnt Ja was heißt hat sich gelohnt aber Ja doch hat sich auf jeden Fall lohnen Irgendwie hat sich halt rüber geflasht grad noch Ja Talon Geld regeln Jetzt hast du achten Stand 20 So nice Jetzt hat sich auf jeden Fall gelohnt Ja Talon ist halt weg geflasht Dachte ich mir da geh ich eh nicht mehr hin Ja Na gut ich war halt Geld wert ne Warum leben die wieder Warum leben die wieder Warum leben die schon wieder Warum nicht Weil sie am drängen geschehen Ja Ich hab nicht auf den Deathsamer geachtet Ich hab nicht damit Ich hab nicht auf jeden Fall geflasht Oh Ich hab nicht auf jeden Fall geflasht Nein Ich hab nicht mit dem wenn ich jetzt wegen sugar oder halt lux trifft halt nicht verfehlbares geschützt ich hab gehofft er steht immer im dot aber ich hatte ich denke da auch die ganze dran ich denke mir oh ja das creep hat noch 10 live hat er mit der axt angehittet auch nie gar nicht so wie schlecht ist die denn bitte 10 bis old sind es halt mh mh Is asking for assistance Geil Scheiße, das hab ich verkackt Das war ein ganz dicker Fehler Ey, wie kann, konnte das denn treffen, bitte? Denn Irgendwie hätten die ein bisschen eher reinspringen können Ja, ne, ich hab's da gefehlt, Mann, ich hab's da echt hart gefehlt Aber jetzt gerade, ich hätte halt, äh, Ulti, eh, gemacht, dann wären sie ja noch geschoben Ich habe das nicht mehr Ich habe das nicht mehr Entdeckte, Mann, ich habe das nicht mehr Ich habe das nicht mehr Das war's. ja er sollte lieber bot pushen aber naja warte sooo was war das? Katelyn macht ihn in Red Warf Broker ist auch da ja da kommen sie alle ne ja ah ich wollte ja er hätte eh nichts mehr machen können sie hätte einfach nur weg gehen müssen ich habe halt auf meinen E gewartet und den jetzt hier vielleicht für Baron aufheben sollen die Mitte hätte ich einfach so viel mehr anrichten können ja sooo mal gucken was wir da anstellen können ich habe einen Fisch erst in 10 ja ey die sind alle so low ne und die trauen sich beide nicht rein zu gehen ne ey jetzt nicht echt Goldregen ja ja glück ab Power oh die fallen oh die fallen alles egal hast gesehen wie ich die Katelyn noch weggerotzt hat oh das war knapp das war knapp doch ja und sie hatte Baron buff Rap buff ich hatte gar nicht oder 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 wenn die ja noch mal das war wenn sie hast du das ist du das ist Das lässt alles so schnell an. So fast! Ich bin mit meinen Items genauso weit wie Lux. Weil Lux ja auch so gut ist. Ihr habt einen 72er Farm, Alter. 72! Ja, bei 26. Ähm. Oder Slinch kommt auch direkt mit in den Teamfight. Und wir gewinnen den Teamfight einfach dann mal so. Boah, scheiße tut er weh. Hm. Ja, super. Super Idee. Ja. Sinch. Lol. Ja. Er hat sogar noch Ulti gemacht. Mhm. Oh, Mann. Oh, guck mal da. Ja. Ja. Oh, nice. Mein Ignite. Lol. Oh, geil. Da war noch eine gute Ulti, sagt er. Ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt haben die es hart gefraut, ja. Mhm. Und dann kriegen wir direkt den Inhip. Ja. 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 Oh, ja. wieder können wir nicht machen das ist viel zu gefährlich ja ja komm ich warte eben 35 gold und dann hole ich meinen oracle boah ich bin wieder full life herzlichen Glückwunsch ja man ja scheiße irgendwann hatte ich meinen oracle noch nicht benutzt ja genau team go gesincht dann beenden die einfach weil keiner mehr der base ist ja 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 perfekte Möglichkeit für uns zu engagen oh wenn er ich hab halt keine ulti ja ja er läuft halt nicht raus wieder super ulti ja 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 So was kann sie treffen, aber im Teamfight haut sie in nix oder was. Naja, da unten wo wir gefightet haben, war das auch ein bisschen blöd. Chill jetzt, man. Das ist ein Schwimmiglade. Das war's. So wollen wir dann jetzt anscheinend will er rein Ja irgendetwas wird er bekommen. Ja doch nicht. Schafft man Barron? Ja. Ja rechtzeitig bin ich mir nicht so sicher. Ja ich tank nicht Leute. Ne raus. Ey diese Leute. Scheiße. Ich habe sowas die letzten Games nur noch. Ich kann nichts machen. Ja aber nicht so wie der gefightet hat. Meine Güte. Ja. 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 Beifahr gewonnen, auf jeden Fall. Ja. Ja, der Sinch kriegt auf jeden Fall einen dicken Report von mir. Aber er macht so viel, weil er so viel da ist. Lux bleibt stehen und schreibt. Ja, jetzt ist er. Oh Gott. Jo, you are dead, bro. Bleib. Ja. So, das war. Naja. Aus der Mitte hätte ich vielleicht, raus hätte ich vielleicht noch was machen können, aber so. Ist es der nächste Luce in a row. Bis später, Leute. Ciao.